Herzlich Willkommen zu All About Life, deinem Podcast für gelebte Achtsamkeit, positive Psychologie und gesunde Spiritualität. Ich bin Benedikt Heiming, Kreativdirektor im Serapinier Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Autorin, Achtsamkeitstrainerin und Entspannungsexpertin Seraphine Monin und zwar über die Themen, die uns alle im Leben bewegen. Wir wünschen dir, dass du findest, was dir jetzt gerade hilft, was dich inspiriert und deinem Leben gut tut. Falls du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, mache das jetzt und hinterlasse auch gerne einen lieben Kommentar und eine positive Bewertung. Von Herzen vielen Dank dafür und jetzt viel Freude mit der heutigen Folge. Aloha, heute möchten wir mit dir auf eine Reise gehen und zwar nach Hawaii. Genauer gesagt zum Geist von Hawaii, zu der alten spirituellen Weisheit, die dort zu Hause ist. Huna ist das Zauberwort und Huna vermag mehr Glück und Zufriedenheit in unser Leben zu zaubern. Also lege dir jetzt deine innere Blumenkette und deinen Hularock um, schnapp dir deine Ukulele und komm mit uns auf eine Reise, die alles in deinem Leben zum Besseren verändern kann, wenn du magst. Herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid und für euch mit mir im Studio natürlich, wie immer, Seraphine Monin. Hallo. Hallo Benedikt, mein Lieber. Herzlich willkommen an dich und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid zu diesem fantastischen Thema. Ah, Huna. Die hawaiianische Lebensweisheit führt dein Glücklichsein. Ja, Huna kann übersetzt werden mit das geheime oder verborgene Wissen. Diese hawaiianische, jahrtausendealte Huna-Lehre, die ermöglicht, ein bewusstes Leben zu führen und erinnert uns daran, dass wir unser Leben mit Liebe, mit Weisheit, mit Stärke und Respekt gestalten können. Huna macht uns infolgedessen zufriedener und glücklicher. Wie schön ist das denn? Wie schön ist das denn? Du hast ja auch schon in deinem Buch, das wünsche ich dir, auch ein Kapitel zur hawaiianischen Lebenskunst geschrieben und zwar als Wegweiser für ein erfülltes Leben. Genau. Was sind denn diese sieben Prinzipien und wieso gelten sie auch als glücksformelnde Hawaiianer? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ja, da bin ich doch voll dabei. Bist du voll dabei. Springen wir gleich mal rein ins erste Prinzip. Ike. Ja, Ike bedeutet so viel wie, die Welt ist so, wie du über sie denkst. Ike ruft uns also auf, unser Mindset mal genauer unter die Lupe zu nehmen, denn es ist beobachtbar. Negative Gedanken fördern negative Wahrnehmung und belasten schlussendlich unser Bewusstsein. Negative Erwartungen fördern negative Ergebnisse. Und insofern ruft uns Ike auf, zu reflektieren, wo trägst du vielleicht noch limitierende Glaubenssätze, negative Einstellungen und Überzeugungen in dir, die dich selbst begrenzen, ja, und die aber jetzt erneuert werden dürfen. Ike ruft uns. Ike ruft uns auf, unser positives Mindset nicht nur zu erneuern, sondern auch kontinuierlich zu pflegen. Und das bringt uns nachweislich mehr Zufriedenheit und ein glückliches Dasein. Ja, das ist wirklich sehr schön. Ein schönes erstes Prinzip. Ja. Ike. Das zweite Prinzip heißt Kala und es steht dafür, dass wir nicht getrennt sind von einem ganzen Meer an Möglichkeiten. Das übersehen wir. Das übersehen wir so sehr, wenn wir so im Alltagsdschungel unterwegs sind, ja, oder alte Prägungen noch aufrechterhalten in uns, ja. Also ein weiterer Schritt in unser persönliches Glücklichsein ist der Schritt in die Erkenntnis, dass eben immer so viel mehr möglich ist, als wir bisher dachten. Kala ruft uns auf, unsere alten Begrenzungen zu überwinden, ja, das vielleicht, also ich nehme mal so ein Beispiel, ne, vielleicht willst du was Neues lernen und hast aber nicht die Chuzpe, ne, du sitzt da so und denkst dir, ach du liebe Güte, das schaffe ich bestimmt überhaupt nicht, ne, wie soll ich denn das schaffen? Aber du würdest es gerne lernen, du würdest es gerne lernen und das zweite Prinzip, Kala ruft dich und spricht zu dir, ja, und sagt, ach, weißt du, da spricht nur deine erlernte alte Selbstbegrenzung. Ab jetzt folgendes Doppelpunkt, ja, sagt Kala, halte mehr für möglich und erlerne doch einfach eine neue Selbstermächtigung und beginne zu verinnerlichen, ich kann das lernen, was ich beschließe zu lernen, ich halte also jetzt mehr für möglich, als ich bisher dachte. Wie befreiend ist denn das? Ja, eine Selbstbefragung, diese Selbstbefragung ist ja ein weiterer Schlüssel zum Glücklichsein, weil wir eben wachsen und uns entfalten können. Ja, was wir ja sonst nicht so können, genau. Wie wunderschön ist es, das zu erleben, ja. Und auch das dritte Prinzip, Makia hilft uns dabei. Ja, es ist so fantastisch. Makia sagt uns nämlich, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das bedeutet für uns, dass wir einfach mal prüfen, wohin lenken wir denn eigentlich unsere gesamte Lebensenergie, ja, und auch Lebenszeit ist ja auch Lebensenergie, ja. Wohin lenken wir denn unsere Gedanken und worauf lenken wir unsere inneren Bilderwelten, respektive worauf lenken wir unser Interesse immer wieder, ja. Denn Makia sagt, du bist frei, deinen Fokus neu auszurichten, um eben genau all das in deinem Leben zu gestalten, was dich wirklich glücklich und wahrhaftig zufrieden macht, ja. Weil sind wir zufrieden, dann tragen wir innere Lebensfreude in uns. Und die ist auch nicht so leicht erschütterbar und die strahlt auch immer inspirierend und heilsam in unser Umfeld. Das ist nochmal so ein Win-Win-Schmackal dabei, ja. Ja, weil manchmal vergessen wir, dass alles, womit wir uns länger beschäftigen, zum Teil unseres Lebens und unserer Wirklichkeit wird. Genau, genau. Dass wir aber die Freiheit haben, unseren Fokus jederzeit neu auszurichten, was, wie ich finde, sehr heilsam und befreiend ist. Wir übersehen es einfach, ja. So, manchmal, wenn wir so rumrennen, ja. Ja, du sagst es, die HUNA-Prinzipchen sind kleine Glücksrezepte mit großer Wirkung für jede Lebenslage, ja. Und das vierte Prinzip, Manava, das erinnert uns daran, dass die Kraft zum Handeln immer in der Gegenwart liegt. Man hat das schon so hier und da immer wieder gehört. Auch wir haben dazu schon einige Podcast-Ideen natürlich verfasst, weil es so ein wichtiges Thema ist, ja, weil hängen wir zu sehr in der Vergangenheit rum oder zerdenken wir eine hypothetische Zukunft, das möchte ich auch mal am Rande erwähnen, ja. Wir zerdenken und beschäftigen uns mit hypothetischer Zukunft, ja. Dann zieht währenddessen so das eigentliche Leben an uns vorbei, ja. Aber Manava ruft uns, hallo, nutze die Kraft der Gegenwart und genieße doch einfach auch die Einzigartigkeit der Momente. Ja, Manava erinnert uns einfach daran, das Leben im Jetzt zu genießen und das ist ja eine sehr hilfreiche Erinnerung für viele glückliche Momente, auch im Alltagsgeschehen. Ja, genau so ist es, die würden wir doch sonst verpassen. Ja, wie schade ist das denn? Nein, 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 hören wir einfach auf, Manava. Sie ruft uns, das Prinzip ruft uns. Kommen wir zum fünften Prinzip, Aloha. Aloha. Da kriege ich gleich irgendwie innere Schippis, da kriege ich richtig so ein Rieseln in mir. Aloha ist ja, wie ich finde, das wesentlichste Glücksprinzip überhaupt. Aloha verbindet uns mit der Kraft unserer wahrhaftigen Lebensliebe. Was oft nicht sichtbar ist, wenn wir so ins Weltgeschehen gucken oder in unsere bisherige Vergangenheit ist ja die Tatsache, dass wir alle im Wesen liebesbegabt sind und wir sind alle im Wesen auch liebesfähig. Vielleicht haben wir das in unserer bisherigen Vergangenheit nur bedingt gelernt oder kaum verinnerlicht. Dann können wir es jetzt ändern. Das ist das Großartige, weil Aloha erinnert uns, dass wir fähig sind für eine Rückbesinnung. Aloha ruft uns auf, großzügig zu lieben. Ach, das ist schön. Ja. Und der Aloha-Spirit, der erinnert uns daran, dass wahre Liebe alles zu heilen vermag und auch alles zu überwinden vermag. Und deswegen nochmal, Aloha-Spirit ist der wesentlichste Glücksschlüssel für uns, wie ich finde. Meine bescheidene Meinung. Ja, und das ist ja so, dass Liebe ist ja die einzige Kraft, die sich exponentiell vermehrt, wenn wir sie großzügig verschenken. Ja. Und wenn wir nicht aufhören, sie zu entfachen und immer mehr über sie zu lernen, um zu verstehen, wie wir sie auch großzügig verschenken können. Ach, das bringt so viel Glücklichsein ins Leben, ihr Lieben. Kommen wir zum sechsten Prinzip. Mana. Mana erinnert uns an unsere innewohnende Lichtkraft. Wir sind lichtvolle Geist-Seele-Wesen. Und im Innersten liegt daher auch unsere wahre Kraft. Mana erinnert uns damit an unser höheres Selbst und ruft uns auch auf, unsere Lichtkraft der Selbstwirksamkeit als kostbares Geschenk des Lebens zu begreifen. Weil es ist ja eine schöpferische, eine gestaltende, eine etwas hervorbringende Kraft. Und wir dürfen entscheiden, was sie hervorbringt. Und die Erkenntnis, ich kann Gutes und Heilsames bewirken oder ich kann sinnhafte Veränderungen bewirken und ich kann Frieden in mir und um mich herum bewirken. Das ist eine sehr glückserzeugende, ein sehr glückserzeugendes Lebensgrundgefühl, möchte ich mal sagen. Ja. Wie schön ist das denn? Das bringt wahrhaftiges Glücklichsein. Ja, und vor allem befreit es uns ja auch aus dieser alten Ohnmacht, Dinge und Gegebenheiten bloß hinzunehmen, weil Mana rüttelt uns dann wach und erinnert uns an unsere Selbstermächtigung, unser Leben in neue Bahnen lenken zu dürfen und auch zu können. Ja, auch das übersehen wir hier und da immer wieder. Wir können es, wir dürfen es. Es ist uns geschenkt worden. Wir dürfen und können es, wann immer wir wollen. Ja, wie schön ist das. Und das siebte Glücksprinzip der hawaiianischen Lebensweisheit, PONO, PONO lenkt unser Verständnis darauf, dass wir die Wirksamkeit von etwas als das Maß der dahinterstehenden Wahrheit beobachten können. Und das soll heißen, beobachte, was das jeweilige Handeln tatsächlich hervorbringt, respektive wahrhaftig bewirkt. Ja, wenn beispielsweise irgendetwas nicht funktioniert und eine umgesetzte Idee, egal wie verlockend und schön sie klang, ja, nicht in die gewünschten oder erwarteten Ergebnisse führt, dann bist du jederzeit frei, etwas Neues zu machen. Weil PONO erinnert uns, es gibt so viele wundervolle Wege, die dich zu deinem Lebensziel führen, ja. Wie wundervoll ist denn das? Das nimmt so viel Druck von den Schultern, so viel Druck aus dem Kopf und so viel Druck von unseren Herzen, ja. Und es schenkt uns die Freiheit, und das finde ich besonders schön, aus unseren Fehlern so viel Gutes zu lernen. Und das macht glücklich und zufrieden. Ja, PONO erinnert uns also oder lehrt uns zu akzeptieren, wenn wir uns mal geirrt haben. Ja. Und gleichzeitig ermutigt uns, PONO, uns wieder aufzurichten, um für neue Abenteuer bereit zu sein. Ja, genau, genau. Ach, und das ist befreiend. Ja. Ihr Lieben, mögen diese hawaiianischen Inspirationen von heute euch ein schönes Geleitsein auf eurem Weg hin zu mehr Zufriedenheit und eurem ganz persönlichen Glücklichsein. In diesem Sinne, ALOA, mögen Harmonie und Liebe eure Herzen wärmen und Heilung in eurem Leben bewirken. Das wünsche ich euch. Ach, ALOA, das wünsche ich euch auch. Und um dich zu Hause auf deinem Weg zum Glücklichsein und zu mehr Zufriedenheit im Leben zu unterstützen, schau gerne auch mal in unseren Wohlfühlshop auf sera-benia.de vorbei. Dort bekommst du alle Meditationen, Entspannungsübungen sowie das Buch und das Karten-Set von Seraphine Monin. Und darüber hinaus Düfte für deine Aromatherapie, Allgäuer Heilkräuterkerzen für ein besinnliches Ambiente und noch viel mehr, was dir einfach hilft, in deiner Kraft zu bleiben und deinen Alltag einfach zu verschönern. Ach, das ist schön. Danke für die Inspiration. Mein lieber Benedikt, es war wieder ein sehr schönes Gespräch. Ja, ich bedanke mich sehr. Ich hoffe, ihr seht das ebenso, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch eine ganz schöne neue Woche. Fühlt euch geherzt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war der All About Life Podcast für heute. Zum Weiterhören gibt es noch über 100 weitere inspirierende Folgen. Und jeden Montag eine neue Folge, mal zu einem bestimmten Thema und mal als achtsamer Wochenstart mit positiven Affirmationen, guten Gedanken und Lebensweisheiten. Als stärkender Begleiter für deine Woche. Abonniere jetzt unseren Podcast und hinterlasse auch gerne einen lieben Kommentar und eine positive Bewertung. Und wenn du dir noch mehr Inspiration und Motivation wünschst, folge dem Sera Benia Verlag auch auf Insta, Facebook, Pinterest und YouTube. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.